So, ich könnte wieder. Ich könnte schon wieder. Leute, ich könnte schon wieder. Das klingt so sexuell praktisch. Nein, gar nicht. Geht's los? Ja. Warum nicht, Jürgen? Gib uns doch Hinweise, maximal zehn Stück, auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, damit wir mitraten können. Aber sehr gerne doch. Achtung, erstens. Ich starbe im Alter von 71 Jahren an Lungenkrebs. Der Marlboro-Cowboy. Ich glaube, der ist nicht so alt geworden. Der Neue, der Neue, der jetzt länger durchgehalten hat. Gab's ja ganz viele davon. Ja eben, also die engagieren einfach 50 Stück und wer am längsten durchhält, der wird's dann. Nachdem ich mit 15 die Schule verlassen hatte, ein paar Monate als Erntehelfer beschäftigt war und eine Banklehre abgebrochen hatte, folgte ich meinem Vater und meinem Großvater auf ihren beruflichen Wegen. Ich begann als Assistent, Sekretär und Krankheitsvertretung. Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Helmut Kohl. Nein. Kein Helmut. Oh, jetzt hab ich zu viel verraten. Jetzt haben wir den. Das schenkt es extrem ein. Kann ich das zurücknehmen? Na, jetzt kommt ein guter Hinweis. 1960 vertrat ich mein Heimatland in London beim Eurovision Song Contest. Ich wurde von denselben Songwritern unterstützt, die die letzten beiden ESCs gewonnen hatten. Ich wurde vorletzter. Welche Sekunde? Welches Jahr? 1960. Meine mehrere Jahrzehnte andauernde, sehr erfolgreiche musikalische Karriere nahm da ihren Anfang. Also, als vorletzter beim ESC. Leben die Stones alle noch? Ich glaub nicht, dass über den Eurovision Song Contest wird kommt. Mick Jagger beim ESC? Warum nicht? Immer noch nicht? Aber ich mein, der Kollege Kraus führt uns ja garantiert auf eine falsche Fährte. Und deswegen kann der oder diejenige nicht in dem Genre verblieben sein. Ja, aber britische Musiker anscheinend. Ist es Alice Cooper oder irgendwas in der Art? Nein. Nur, dass Alice Cooper noch lebt. Ja gut, ich mein, da darf ja echt auch mittlerweile jeder mitmachen, oder? Bei so einem Song Contest. War das nicht auch Knockator, den er mal angetreten hat? Ja, aber in den 60er Jahren war das, glaub ich, noch echt strikt. Das stimmt. Da war das noch Fernsehgold. Oder überhaupt Musikgold. Viertens. Meine Biografie trägt den Titel, gib mir mein Fahrrad wieder. Also Niederländer. Das Rudi Karel. Ach, ich wusste, dass der Hinweis zu gefährlich ist. Moment, Moment. Hattest du nicht gesagt, in Großbritannien? Er hat sein Heimatland in London beim Eurovision Song Contest vertreten. Ach, in London. Okay, ich hab gedacht, für London und ich so. Ja, man muss ja Engländer sein. Ah. Das mit dem Fahrrad war ein großes Risiko. Das war mir bewusst. Aber das war einfach zu schön, der Titel. Gib mir mein Fahrrad wieder. Kommst du doch direkt auf Holland. Ja. Manche Klischees stimmen halt einfach. Tja. Wollt ihr den Rest noch hören? Ja, natürlich. Aber hallo. Meine dritte Ehefrau lernte ich beim Golfspielen kennen. Wir heirateten in Australien. Der alte Unterschied von 36 Jahren machte uns nichts aus. Ui. Was mich in meiner Karriere auszeichnete, war meine gute Vorbereitung. Also das war hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass er ja nach Beem gekommen ist und zum Fernsehen wollte und nicht Deutsch gesprochen hat. Also hat er sich für jede Rolle oder für jeden Auftritt, hat er sich akribisch vorbereitet, hat jeden Satz einstudiert, jede Geste und hat das alles dann irgendwie so aus dem Kopf dann runtergebetet. Traf. Wenn ich aber mal mit jemandem arbeiten musste, der nicht gut vorbereitet war, rastete ich aus. Ein Mitarbeiter sagte mal über mich, er war manchmal unausstehlich, weil er kein Benehmen hatte. Er war der schlechtest erzogene Mensch, der mir je begegnet war. Wow. Also diese Akribie ist mir tatsächlich bewusst, aber dass er auch sehr unleidlich war, aber dass er dann wirklich, also schlecht erzogen heißt ja, dass er auch in anderen Bereichen quasi schlecht erzogen war, das ist mir neu. Also ja, vieles davon hatte ich so beim Lesen das Gefühl, ja stimmt, irgendwas war da und so, aber das Ausmaß von dem, dass der irgendwie so, der ist ja so der Everybody's Darling so im Fernsehen, der Strahlemann und immer gut gelaunt und alle himmeln den an und dass der aber wirklich so ein Arsch war eigentlich hinter den Kulissen. Der ist ja auch kein Pardon, im Prinzip in echt. Also bei keinem Pardon hast du ja auch diesen Showmaster. Heinz Schenk. Heinz, der ist wirklich Showmaster oder wie ist der Heinz Schenk? Heinz Schenk. Ja, der hat ja früher der blaue Bock. Keine Arsch. Achso, ich war mir gar nicht bewusster, dass der wirklich authentisch ist. So in der Art ist Rudi Karel gewesen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass er damit einfach nicht zurecht kam. Und das auch, ich meine, es ist ja auch immer so eine Frage, wenn dir Leute Zeit stehlen, aus deiner Perspektive, wenn du sagst, sie sind nicht gut vorbereitet, wollen aber mit dir arbeiten, dann stehlt die Person mir die Zeit und dann habe ich keinen Grund, nicht mehr höflich zu dir zu sein. Also so eine professionelle Distanzierung dann auch von der Person. Das war so ein bisschen wahrscheinlich auch so, weil er das Thema so ernst genommen hat. Der hat auch quasi keine Hobbys. Er hat irgendwann ganz spät mit Golf angefangen. Aber ansonsten, der hat seine Arbeit gelebt und er hat sich so gut darauf vorbereitet, dass er immer das Gefühl hatte, wenn jemand anders halt nicht gut vorbereitet war, dass der einfach dem nicht so viel Respekt beimisst wie er selbst. Und es gab aber niemanden, der sich so gut vorbereitet hat wie er. Das ist ein typischer Fall. Kannst du gar nicht die Erwartungen erfüllen von ihm. Keiner kann das so ernst nehmen wie er in dem Fall. Und deswegen waren alle dann auch irgendwie Ziel von seinen Ausbrüchen im Zweifelsfall. Es gibt absurde Auftritte von ihm. Einer der Würsten, finde ich, ist immer noch aus heutiger Sicht. Damals, als die fünfstelligen Postleitzahlen kamen, gab es eine Show auf RTL. Stimmt. Pass auf. Da fragte er dann im Publikum seiner. Ja, und wissen Sie schon Ihre Postleitzahl? Und dann erzählte die Frau, ja, ich wohne in so und so, so und so, in der Straße so und so. Das wissen Sie schon sehr gut. Hier, dann bekommen Sie einen. Und jetzt kommt ein RTL-Flaschenöffner. Und drückte so ein Flaschenöffner in die Hand. Und ich so, wow, aus meinem Gesicht ist das so schäbig. Dass da mit Fernsehzeit verschwendet wurde. Ja, ja. Ich denke da gerade an unsere Sponsoren. Ich wollte nichts sagen, aber. Aber tatsächlich mit Fernsehzeit vergeudet. Ich habe gestern, Gott weiß, wie wir draufgekommen sind, erinnert ihr noch dran, als auf RTL dieser schmierige Italiener immer noch diese Verschiebespiele gemacht hat? Ja, 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 ja. Weißt du das noch? Das kann man sich nicht bevorstehen. Das habe ich einem jüngeren Kollegen erzählt. Das kann sich keiner mehr vorstellen. Der kam ja mehrfach am Tag. Aber lief das nicht noch lange Jahre auf DSF und auf sonst wo irgendwie? Naja, der lief ja vor allem deswegen so spät, weil das Problem, also wenn ich es richtig verstanden habe, war ja damals, dass die Werbeblöcke so verkauft worden sind und die Werbung, also die einzelnen Clips so lang waren, dass dann so Lücken entstanden sind. Und wenn du halt Lücken in deinem Sendeprogramm hast, dann musst du die irgendwie füllen. Ja, aber der Gedanke, dass Lücken in deinem Sendeprogramm sind, ist halt... Die sind heute völlig absurd, klar. Testsbild nachts, ja. Seid einfach ein völlig veraltetes Konstrukt. Ich habe noch ein paar Hinweise für euch. Oh, gerne. Vielleicht braucht ihr ja noch, um denjenigen zu erraten. Ich rauchte drei Packungen Zigaretten am Tag. Weil an meiner Arbeitsstelle das Rauchen eigentlich aber verboten war, lief mir den ganzen Tag jemand mit einem Wassereimer hinterher. Also er hat im Studio geraucht wie ein Schlot und die ganze Zeit musste ihm jemand das Löschwasser hinterher tragen. Ich erreichte zeitweise an einem Samstagabend 20 Millionen Menschen. Aber ich hatte auch Misserfolge. Im Jahr 2000 scheiterte ich mit einem Sendungskonzept, bei dem ich lustige Internetfunde im Fernsehen präsentierte. Nur acht von zehn produzierten Folgen wurden ausgestrahlt. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Nein. Aber das garantiert ein Brüller, wenn man das jetzt noch guckt. Das war echt schlecht. Also es gab ja diese Zeit, wo das Fernsehen das Internet entdeckt hat. Oh, schau mal, ein Baby animiertes GIF ist tanzt. Ich glaube, diese Zeit hat auch irgendwie zehn Jahre gedauert oder so, wo halt dann immer mal wieder so einer mit, oh, hier die lustigsten Clips aus dem World Wide Web irgendwelche drei Jahre alten Videos dann ausgegraben haben. Vor allem, was hier noch funktioniert, finde ich, war ja diese sowas wie lustige Werbespots aus aller Welt, wo das Fernsehen sich selbst reflektiert hat. Aber sobald es ans Internet ging, war es einfach kaputt. Aber er hat auch irgendwann tatsächlich, weil du sagst, Selbstreferenzierung ist auch ein guter Punkt, der hier gar nicht mit drinsteht. Aber er hat irgendwann dann auch eine Sendung gemacht über seine vergangenen Sendungen, also wo er nur in einem Palsee-Archiv stand und quasi Clips aus seiner eigenen Vergangenheit anmoderiert hat. Das ist ein bisschen selbstgefälliger. Also der hat echt wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Erfolgreiches gemacht und aber auch ganz viel Scheiß. Also der hatte Reisesendungen und Tiersendungen und Spielsendungen und was nicht alles. Im Suff hatte ich dem ZDF mal versprochen, den goldenen Schuss zu moderieren. Ich glaube, das hätte meine Karriere sofort beendet. Also bat ich meinen Heimatsender, einen Exklusivvertrag zu erfinden, um mich wieder rauszuwinden. Zu erfinden, um zu winden. Zu erfinden, um zu winden. Was ich reib, ist gut. Und das ist tatsächlich auch mein Lieblingspunkt. 1987 ruinierte ich die deutsch-iranischen Beziehungen, als ich islamische Frauen im Fernsehen, Slips und Büstenhalter verbrennen ließ. Also der hat ein Sketch quasi gemacht, wo Frauen mit Kopftuch ihre BHs und ihre Slips verbrannt haben. Bonn beschloss, die vom Iran geforderte öffentliche Entschuldigung mit einem Geht uns nichts an abzunicken. Es folgte eine schwere Krise und öffentliche Unruhen im Iran. Der Irak erklärte mich daraufhin zum Volksheld. Alter Vater. Da habe ich noch was hinzuzufügen tatsächlich. Und zwar ist euch bewusst, dass auch Otto Balkes eine ähnliche Kontroverse im Iran ausgelöst hat? Nein. Nein. Als der Ayatollah Khomeini sonst wie, keine Ahnung. Oh, den hat er ja gern richtiger Kaube gezogen. Das war er ja. Den hat er da im Iran persönlich verärgert. Und was Otto Balkes gemacht hat, hat quasi Footage, ich glaube das ging es auch um BHs. Wahrscheinlich war das entweder vorher oder nachher, wo sich der jeweils andere drauf referenziert hat. Die haben quasi eine Montage gemacht von Footage, wo der Ayatollah halt quasi oben steht und irgendwas geworfen wird oder so. Und Otto hat quasi den Anschein erweckt, als wenn der BHs nach oben geworfen würden. Und der Ayatollah die halt entgegen nimmt oder was auch immer. Halt auch ein völliges No-Go. Und das war ähnlich. Otto Balkes hat auch quasi mit dem Ayatollah sich damals angelegt. Das klingt echt mega ähnlich. Aber geil fand ich, das ist halt komplett eskaliert. Die ganze Lage, die haben daraufhin die Botschaft in Deutschland irgendwie zugemacht und die Leute abgezogen. Und erst mal die diplomatischen Beziehungen eingestellt. Und Bonn hat gesagt, ja, Unterhaltung, was sollen wir jetzt da tun? So geht uns nichts an. So kürzlich das, ja. Sehr, sehr krass. Ja, okay, aber das hätte ich mir alles sparen können. Ihr wusstet ja gleich, wer es ist. Oh Mann, jetzt, Philipp, jetzt ist es für die nächste Folge ganz schöner Wartungsdruck auf dir. Na dann schauen wir mal beim nächsten Mal. Tschüss.